Das bin ich gerade gefahren. Mit Gangschaltung. Es war sehr lustig. Man konnte auch nicht schneller als 50 Meilen pro Stunde fahren. Das ist auf der Interstate ziemlich lustig. Ja, er hat uns nämlich erzählt, dass das Auto vor zwei Wochen geklaut wurde, weil man es mit so ziemlich jedem Schlüssel bedienen kann. Aber es hat uns sicher wieder hierher gebracht. Und das ist ja alles, was zählt.